Hallo meine Lieben, ich bin so Thomas aka Sparkoyote. Heute dachte ich mir, ich beantworte ein paar Kommentare mal so ein bisschen live. Auch wenn ich schon, wie ihr wisst, eigentlich auf jeden Kommentar antworte, dachte ich mir, es wäre vielleicht noch cool, wenn ich einfach mal so ein Q&A mache, wo ich halt sozusagen einfach die Kommentare durchgehe, die ich zwar schon beantwortet habe, aber vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher darauf eingehe oder vielleicht auch noch mal anderen Input gebe, dass man einfach so ein bisschen sieht, was der ganze Kontext ist, weil es ja oftmals dann auch so ist, dass man beim Schreiben nicht alles rüber bekommt, vor allem auch nur kürzere Texte schreibt. So, wir haben jetzt hier tatsächlich heute ein sehr aktuelles Video rausgekommen, Familiengründung als Minimalist und Sparer und ich werde spezifisch hier nur auf die Fragen tatsächlich eingehen, weil ansonsten ich nicht viel mehr dazu sagen kann, aber ich glaube, die erste Frage hier ist von JinAlba85, schade ist nur für Leute mit einem Wohnsitz in der Schweiz, kannst du eine Schweizer Bank empfehlen, die auch Deutsche in der Schweiz, die für Deutsche in der Schweiz zu eröffnen ist? Ja, leider ist, zack, von der Bank klären nur für Schweizer oder zumindest mit Leuten mit Wohnsitz in der Schweiz und ich kenne jetzt per se jetzt keine gute Alternative, die ja vielleicht auch kostengünstig ist, weil ich da einfach nicht Bescheid weiß, aber zum Beispiel je nachdem, für was man jetzt dieses Schweizer Bankkonto braucht, gibt es zum Beispiel auch Swissquote, ja, da kann man ja dann auch Schweizer Franken-Account also haben, USD habe ich auch dort, Pfund habe ich dort auch, das ist halt so eine Möglichkeit, aber ich kann da tatsächlich nicht wirklich aus Erfahrung sprechen, wie das ist für jemanden, der in Deutschland oder Österreich wohnt, der ein Schweizer Bankkonto eröffnen will, soll ja dann auch preis-leistungstechnisch relativ, ja, dann auch passen. Der Sebastian, das ist glaube ich hier auch keine Frage, genau, da habe ich ihm auch zugestimmt, also da, also ich versuche wirklich nur auf Fragen einzugehen, weil ansonsten macht es halt wenig Sinn oder auf Dinge, die ich antworten will, aber grundsätzlich, wir können das gerne sonst nochmal auch lesen. Der Sebastian, er ist voll bei mir mit dem, was ich im Video gesagt habe, gerade wenn man finanziell abhängig mit jungen Jahren anstrebt, hast du später mehr Zeit für deine Kinder, da, wie du sagst, arbeitstechnisch auf die Bremse treten kann bei Bedarf. Gerade die Erziehung der eigenen Kinder würde ich niemals an andere Menschen auslagern, so wie ein Kindermädchen oder ständig das Kind in den Kindergarten abgehen, finde ich komplett daneben. Man will ja seinen eigenen Kindern seine Werte weitergeben und nicht irgendwelche Vorteile von Erziehern belasten, zum Beispiel, vermögende Menschen sind immer böse, man sollte nicht stolz auf eigenen Fleiß sein und so weiter. So zumindest meine Meinung zum Thema kann jeder anders sehen. Ja, also ich stimme dem Sebastian da auch voll zu, darum finde ich das immer mega komisch, wenn Leute sagen, ja, Vermögensaufbau, das kappt dann nicht mehr, wenn du Kinder hast, oder das bringt doch nichts, siehst das, lebt doch dein Leben und so weiter. Und dann wird auch wieder impliziert, ja, sobald du Kinder hast, lebst du eigentlich dann nicht mehr und solche Sachen, das ist für mich dann auch völliger Stuss. Also ich bin da mit dem Sebastian eigentlich einer Meinung und finde ich auch cool, dass es da Leute in der Community gibt, die da auch eh nicht denken. Nochmal Sebastian, ja, Sebastian K. und Sebastian H. Da waren es nur noch 4.399 Abonnenten, ich habe selten so viel Blabla gehört, ohne Bezug zum Titel, ich zitiere, Rennmäuse sind wie Kinder, die breiten uns darauf vor, ach ja, eine ist tot, jawohl, vielleicht sollte der Schuster bei seinen Leisten bleiben und Videos machen über die Dinge, die er Ahnung hat. Ich bin raus und hoffe keinen Vorschlag mehr von YouTube zu diesem Kanal. Dann, ja, so grundsätzlich, ich habe hier eigentlich auch schon meinen Senf dazu gegeben. Ich wollte hier einfach mal kurz noch faktisch dann auch aufklären tatsächlich, dass YouTube immer so ein bisschen verzögert ist für die Leute, die es interessiert. Die Abonnentenanzahl, die es immer verzögert und dann dauert es ab und zu, ja, ein paar Stunden, bis das richtig angezeigt wird. Und je nachdem, wo man den Cache gelöscht hat, wo nicht, kann auch verschiedene Zahlen angezeigt werden. Aber da sind irgendwie dank diesem Video, es hat eigentlich niemand deabonniert oder so und ich mache ja wirklich einfach Videos einfach über Themen, die mir gefallen und das ist mir dann auch wichtig und das ist ja dann eigentlich egal. Also die Leute, die mich halt auch persönlich kennen oder vielleicht auch ein bisschen mehr Videos von mir schauen, wissen ja, ich habe so ein bisschen die Mentalität, dass mir eigentlich ein Großteil sehr egal ist, in Anführungsstrichen, und ich einfach mein Ding durchziehe und meinen Spaß dran habe und das merkt man, denke ich, auch. Und hier dann vielleicht noch so ein kleiner Input zu den Rennmäusen. Ja, es ist halt leider so, bei uns ist wirklich jetzt eine Rennmaus gestorben wegen Altersschwäche und da kann man halt nicht viel machen, da bringt auch der Arzt nichts, weil Rennmäuse sind tatsächlich Tiere, die nicht so alt werden, die werden so zwischen zwei, drei Jahre alt, also das ist schon auch alt, also für Rennmäuse und das ist halt leider so. Und da kann man wirklich nicht viel machen, wenn welche an Altersschwäche halt einfach sterben. Und ja, also auch Vorbereitung, er hat das vielleicht ein bisschen auch aus dem Kontext gezogen, da ging es auch um Katzen, wir haben jetzt auch Kitten und werden auch nochmal zwei behalten, da haben wir drei Katzen und ich denke mal, das ist schon eine gewisse Vorbereitung in dem Sinn, weil man kann ja auch nicht irgendwie wahllos in die Ferien gehen, spontan Sachen machen, muss halt auch schauen, was ist mit den Katzen und Tieren und so, wo gehen die hin, wenn man in die Ferien geht, nimmt man die mit, jedenfalls, ja, oder muss man dafür sorgen, dass jemand hier immer vorbeischaut oder muss man die in eine Katzenpension, also es gibt ja alles mögliche und ich finde, das ist schon auch eine Art Vorbereitung für uns zumindest und es wird dann auch nicht so, weil man ist dann sich so ein bisschen schon gewöhnt, so ein bisschen in Anführungsstrichen eingeschränkt zu sein durch diese Verhältnisse, aber ich mache das ja gerne, wir haben uns ja bewusst dafür auch entschieden und ja. Ja, das ist jetzt so ein ironischer Kommentar, den ich auch lustig gefunden habe von mir, aber den will ich jetzt da nicht weiter erläutern. Ich wollte einfach hier auch so ein bisschen noch meinen Input geben, aber grundsätzlich eben jeder darf seine Meinung haben, jeder darf denken, was er will, wie er will und ich bin da eigentlich relativ offen, ja. So, das hier, das sind vernünftige Gedanken, so sehe ich das auch, dass es in diesem Video ja nicht nur um Finanzen, sondern auch um Beantwortung geht, habe ich noch eine Anmerkung zu euren Katzen. Ich bin da etwas vorbelastet, weil ich mich sehr im Tierschutz engagiere, wenn man noch, Punkt eins, wenn man noch eine Katze im Haushalt haben möchte, warten unzählige Tierschutzverein, sicherlich auch in der Schweiz. Ja, das ist tatsächlich so und darum haben wir jetzt eben uns auch entschieden, ja, jetzt dann, ja, ist jetzt relativ schnell gegangen, weil wir wollten halt, oder wir hatten nicht die Möglichkeit von Anfang an direkt zwei zu haben, jetzt haben wir dann nachher drei und so ergibt sich das dann das Ganze und das wird sicherlich super cool. Da wird der Arthur dann seine zwei, beiden Kinder dann auch am Start haben, ja. Und alle anderen Katzen sind auch schon vergeben, alles innerhalb der Familie und wird sicherlich super cool. Lasst eure Katzen kastrieren, dies verhindert unendlich viel Leid. Wenn du da nähere Informationen möchtest, gibt es da sehr informative Seiten im Internet. Also grundsätzlich ja, wir werden jetzt auch das Weibchen kastrieren, das ist nämlich die Katze vom Bruder meiner Schwester, äh, vom Bruder meiner Freundin. Meine Güte, ich kann gar nicht mehr reden, ich habe keine Schwester. Und auch die Kitten, die werden, natürlich geht das auch erst viel später, also sprich, wir geben ja nach drei Monaten, also Ende Oktober, geben wir ja dann vier auch ab an die, die welche bekommen. Immer zu zweit geben wir die ab. Und, ähm, die müssen dann selber schon, ich glaube, ab sechs Monaten oder so, wenn sie geschlechtsreif sind, kann man das dann in Angriff nehmen. Und wir werden die dann auch tatsächlich kastrieren. Beim Arthur sind wir uns da eher noch unsicher. Und, weil er halt auch schon so aufgewachsen ist und wir ihn schon als Erwachsener bekommen haben und er da auch nicht kastriert, ähm, worden ist. Und dann dachten wir halt, hey, ähm, er hat jetzt schon so lange jetzt so gelebt, nicht kastriert, das wäre auch irgendwie doof, ja, wenn man ihn jetzt dann auch noch kastriert. Und, ähm, da wollen wir das eigentlich, äh, so belassen. Und er ist ja sowieso, also wir sind Hauskatzen, die gehen, also die haben nicht freien Rausgang. Wir gehen zwar, äh, tatsächlich Gassi mit unseren Katzen, ja. Müsst ihr euch mal geben. Und die feiern das absolut. Und, ähm, ja. Genau. So, was haben wir denn sonst noch für, ähm, Kommentare, ja, Fragen vielleicht? Hier, ich kann bei der WoW-Thematik nur zustimmen. Ich bin noch eine Generation früher und habe jahrelang EverQuest gespielt. Durch die Spiele habe ich wirklich Englisch gelernt, was sieben Jahre Schule vorher nicht geschafft hat. Und Spielen lernen ist am besten, ist das Beste lernen. Klar, finde ich auch. Aber das hat mich nicht daran gehindert, irgendwie Fuck Off zweimal falsch zu schreiben. Erstmal überhaupt im Thumbnail. Fuck Off, ja. Und Fuck Off Day. Richtig übel von mir. Und es war nicht mal beabsichtigt. Klar weiß ich, dass man mit zwei F schreibt. Aber ich finde es gerade richtig geil. Das hat mir dann auch jemand geschrieben, noch auf Facebook, dass ich das falsch geschrieben habe. Und ich habe den Witz auch in den Kommentaren gar nicht gecheckt, ja. Gehört es dazu zur Fuck Off Mentalität, das Ganze falsch zu schreiben, ja. Und ich habe das nicht gecheckt. Aber jetzt checke ich es. Danke an dieser Stelle noch. Ähm, aber ich habe es halt, also, bei mir kommt es immer drauf an auf den Inhalt. Und der Rest ist mir eigentlich völlig schnuppe. Und, ähm, ja. Und die Leute, die sich halt dann am Inhalt, ähm, am wichtigen, ja, sozusagen, äh, ja, das interessiert, ja. Dann ist gut. Und die Leute, die halt so Kleinigkeiten, dann schauen sie das Video nicht, weil ich da Fuck Off falsch geschrieben habe. Ja, ist mir dann auch in dem Sinn egal. Ähm, genau. Hier, kleine, klar, Kinder sind teuer. Aber was sich vielleicht, oder vielmals verändert, ist das meist, dass du meist von einem Double Income zu einem Single Income wechselst. Ja, ich glaube, das stimmt tatsächlich auch, weil dann eine Person auf jeden Fall Vollzeit, äh, oder nicht mehr, äh, arbeiten geht vielleicht auch. Oder dass man einfach sagt, beide, äh, reduzieren auf Teilzeit. Und das stimmt natürlich dann schon so. Und darum, finde ich, spricht auch nichts dagegen, eben Vermögen aufzubauen und vor allem auch das Einkommen stetig zu steigern. Äh, in dem Sinn, darum bin ich auch richtiger Fan von, äh, von unternehmerischen Tätigkeiten, Unternehmertum, weil da halt auch viel mehr Potenzial ist. Und ihr seht ja auch in meinen Einkommen-Reports, dass es da wirklich auch, ähm, ordentlich zu und her geht. Und ich da auch super happy bin und das überhaupt niemals möglich gewesen wäre, in, äh, ja, überhaupt zu erreichen, ja. Also ich bin jetzt tatsächlich, ähm, da gibt's Monate, da bin ich, oder zumindest August zum Beispiel, da denke ich mir, hey, das sind Einkommenshöhen, die hätte ich als Angestellter innerhalb von einem Monat, ja, also sprich, innerhalb von 30 Tagen einfach als Gehalt, das hätte ich niemals wahrscheinlich erreicht, mit dem, was ich bereit gewesen wäre zu tun, weil ich hätte jetzt zum Beispiel nicht ins Management gehen wollen. Ich wollte immer, ich will immer noch sehr operativ tatsächlich sein und das macht mir dann auch immer, immer Spaß. So, von Kazura Kazura, hallo, es ist immer wieder lustig, wenn reine Theoretiker über emotionale Themen reden. Wenn ich mal ein paar Daten aus deinen Videos zusammenfasse, du hast über 11.000 Franken Gewinn in einem Monat, du zahlst circa 10% Steuern, nach netto 10.000, äh, bringst du an die Börse und erhältst 3%, das sind 300 Franken, also im Monat 25 Franken durch den Gewinn eines, durch den Gewinn eines Monats kannst du also nachhaltig deine monatlichen Ausgaben um 25 Franken erhöhen, ja, also grundsätzlich, ähm, finde ich das super, super interessant, wie die Person jetzt hier, also Kazura Kazura das erklärt hat, das ist natürlich schon so, aber es ist, was real oder was Fakt ist, ist natürlich, es sind Bruttoeinnahmen, nicht mein Gewinn, ähm, wobei eben, das ist halt extrem krass, ja, so, äh, von Monat zu Monat sehr schwankend, auch sehr extrem steigend teilweise, darum, äh, wird's interessant, was dann langfristig mein Schnitt wird, äh, wo ich halt zum Beispiel jährlich oder monatlich verdiene, da bin ich auch selber schon gespannt, ähm, aber ich investiere tatsächlich nur einen kleinen Teil in Aktien und, ähm, der Großteil fließt ins Business zurück, in den Webshop und so weiter, und, ähm, da hab ich eine deutlich höhere Rendite als 3% und das ist einfach Fakt, ja, und, ähm, ich investiere vielleicht monatlich zwischen 2.000 bis 4.000 Schweizer Franken, ähm, pro Monat an die Börse über die 3A-Säule, über ETFs und halt über Einzelaktienkäufe, die ich immer, äh, auch drüber berichte, aber an sich interessante, äh, ja, äh, weise drüber nachzudenken, ähm, jo, was haben wir denn hier noch? Hier, zu Mintos eine Frage, kann ich auch gerne beantworten, von Markus Werner, fängt die Kreditlaufzeit sofort an nach meiner Investition an, gibt ja viele kurze Zeitkredite, die 18% auf 5 Tage Laufzeit zahlen, ja, ähm, da, kurz zur Erklärung, ja, die Prozents, also die Rendite, ja, diese Prozentzahl ist immer aufs Jahr herausgerechnet, wenn, also die Laufzeit noch 5 Tage ist und du hast 18% Rendite, ist es natürlich klar, dass diese 18% aufs ganze Jahr gerechnet sind und du einfach sozusagen auf diese 5 Tage noch diesen Bruchteil bekommst, ja, also es ist dann nicht so, dass du innerhalb von 5 Tagen 18% bekommst, das wäre ja dann abartig, das sind, werden ja x-tausende Prozent wahrscheinlich pro, ähm, pro Jahr oder so, also das geht natürlich nicht, also einfach aufs Jahr gerechnet, die Rendite und dann hast du, bekommst halt einen Bruchteil, also, glaube ich, 3, also man rechnet dann, glaube ich, 5, 360 oder irgend so was, es gibt irgendwie so eine Berechnung, kann man mal schauen, auf Mintos, glaube ich, auf der Webseite wird das erklärt und, ähm, ja. Dann haben wir vom Astraton 2000 oder Astraton 2000, es würde mich mal wirklich interessieren, wie du mit deinem Blog und deinem YouTube-Kanal Geld verdienen kannst, wer hat denn, oder wer hat denn heute noch keinen Werbeblogger drin oder machst du nur Kohle über die Affiliate-Links? Das ist die Frage auf mein letztes aktuelles Einnahme-Update von dem Juli 2019, ich bin da jetzt tatsächlich ehrlich auch ein bisschen jetzt verwirrt über diese Frage, weil ich ja alles, also bitte korrigiert mich, ja, in den Kommentaren könnt ihr jetzt gerne auch reinschreiben, ähm, war jetzt mein Video oder mein, oder allgemein meine Videos über die, die Einkommen-Report so nicht, äh, verständlich, dass man versteht, woher diese Einkommensquellen kommen oder, ähm, hat er jetzt einfach dieses Video nur so ein bisschen überflogen und rübergeskippt, ja, und einfach die Zahl gesehen, also würde mich jetzt auch mal so interessieren, aber grundsätzlich beantwortet ihr super gerne die Frage, ähm, es ist so, dass ich über YouTube natürlich Geld verdiene und viele Leute übrigens keinen Ad-Blogger haben oder einfach auf einem Handy oder einem Tablet schauen und dort eh keinen Ad-Blogger haben, äh, über die App und, äh, da kommt natürlich schon ein paar hundert Franken kommen da rein, das ist schon ganz cool, auch über Google AdSense auf dem Blog, ähm, aber tatsächlich ein Großteil, ein extremer Großteil, ein Vielfaches, also ein extrem großes Vielfaches, kommt natürlich, kommt natürlich über Partnerschaften, Affiliate und Provisionen in dem Sinn und, ähm, das ist praktisch wahrscheinlich und da lehne ich mich vielleicht weit aus dem Fenster aus, aber jeder YouTuber, oder jeder, der YouTube betreibt oder einen Blog betreibt, der das auch natürlich als Leidenschaft, der macht das gerne, aber auch noch den Business-Aspekt dahinter sieht, der wird in irgendeiner Form irgendwie Partner haben, Affiliate-Programme dabei sein oder durch Provisionen Geld verdienen und, ähm, um das Business dann einfach größer, äh, wachsen zu lassen, ja, ja, und dort ist dann schlussendlich, ähm, der hohe Return da, ja, also nicht über Werbung, ja, also, ähm, klar, es gibt ja immer so einen Trend, ja, sieht man, hey, wie viel verdiene ich mit YouTube, äh, Einnahmen hier mit YouTube-Werbung, ja, und, ähm, der Witz an der Sache ist ja meistens und das ist noch bei den größeren YouTube noch viel, viel extremer, ist, dass diese Werbeeinnahmen, ja, nur ein Bruchteil sind von dem, was sie eigentlich verdienen, also wenn jetzt irgendein großer YouTuber sagt, boah, ich verdiene jetzt 7.000 oder 70.000 oder 10.000, ja, gibt es diverse große YouTuber, die ich auch teilweise richtig cool finde, ähm, ist das schon mal eine richtig heftige Summe an Geld brutto, aber in der Realität ist es dann einfach so, dass diese Zahl, die du dort siehst, du kannst nochmal mal 5 rechnen oder mal 10 rechnen oder sogar noch höher, je nachdem, wie der Geschäftssinn ist oder was für ein Businessmodell er schlussendlich im Hintergrund hat und das verdient er dann auch real durch Produktplacements, durch, äh, Werbepartner, durch Kooperationen und so weiter, Affiliate-Links und das heißt, ähm, eben, das darf man halt jetzt nicht so sehen, bei mir ist es ja genau auch so, dass ich wirklich nur einen Bruchteil eigentlich mit den Werbeeinnahmen verdiene. Ja, der, äh, Xpainz Ecstasy, Hammer, ja, ich hab dann so ein Hammer-Smiley, äh, geschickt, richtig geil. Der Sebastian H. wieder am Start, wow, da schaut man ein paar, mal ein paar Wochen nicht auf deinen YouTube-Kanal und Blog und schon machst du über 10k pro Monat saubere Leistungen, hast es dir bei deinem Einsatz verdient, kannst du vielleicht ein neues Video zu deinen aktuellen Ausgaben machen, wenn ich mich hier richtig erinnere, hattest du früher niedrigere Ausgaben, so irgendwo im Bereich 1000 bis 1500 Franken, danke dir und weiterhin viel Erfolg. Tatsächlich habe ich dieses Video für dich gemacht, Sebastian, ich werde jetzt hier sogar noch einen Screenshot machen, weil ich hab den Kommentar tatsächlich vorhin schon gesucht gehabt und, ähm, jetzt hab ich den tatsächlich hier, super cool, abgespeichert, meine Lieben, das kann ich dann ins Video einbauen und, ähm, ja, vielen Dank an dieser Stelle für den Video-Vorschlag, habe ich direkt gemacht und auch Home-Budget und alles eingeblendet, euch so gezeigt, wie ich, äh, mein Geld tracke und, äh, und so weiter. Der Mr. Star, ich finde absolut Hammer, wie es sich entwickelt bei dir, am Anfang war es auch eine Durstschrecke, bis zu dem gekommen bist, was du jetzt hast und die Einnahmen sind ja nicht jeden Monat gleich. Freue mich total für dich, ich konnte nie richtig sparen, da ich nicht sah, was mit dem Geld passiert am Konto, jetzt durch die Aktien macht es richtig Spaß und auch das System dahinter zu verstehen. Bin aber überlegen, ob ich auch bei Mintos oder Bondora mir ein Konto aufbaue, mach weiter so, freue mich auf deine Videos. Ja, vielen Dank hier an dieser Stelle und cool, dass du jetzt auch den Spaß am Sparen gefunden hast und am Investieren, eine gesunde Balance ist wichtig. Ähm, Mintos, Bondora, schau es dir auf jeden Fall an, mach deine Recherchen, ähm, da lohnt es sich definitiv einfach mal reinzuschauen und einfach wichtig, das Risiko nicht außer Acht lassen, weil P2P-Kredite haben doch schon durchaus ein Risiko. Nicht ohne Grund habe ich nur einen relativ kleinen Teil meiner Asset Allocation, im Moment sind es ungefähr, ja, 3-3,5% in P2P-Kredite, da wird es bis Ende ja wahrscheinlich auf knapp 5% kommen und langfristig gesehen will ich da auf ungefähr 10% meiner Asset Allocation in P2P-Kredite kommen, aber schau es dir auf jeden Fall mal an, recherchiere selber und schau, ob es für dich in dein Risiko-Chancen-Verhältnis passt. Ja, der Chris, dir auch schön viel Erfolg wünsche ich dir natürlich. Hier, Respekt, du hast es schon sehr weit gebracht und, also von Hamburg Airport, ähm, ist wahrscheinlich nicht so wie Berlin Airport, Hamburg Airport ist sicherlich, äh, auch schon, äh, fertig gebaut. Respekt, du hast es schon sehr, sehr weit gebracht und eigentlich bist du auch schon angekommen, ich gönne dir das wirklich und es wird ja nicht weniger, vor allem was die Dividendenzahlung angeht, denke ich, könnte es schon mal wirklich frei sein, wenn du von 2.200 Franken leben kannst und selbst dann hörst du ja nicht mit allem auf, irgendwas wird es ja im Leben, wird man ja im Leben immer noch nachgehen. Also ja, das ist sehr gut zusammengefasst, es ist natürlich so, dass ich, ähm, jetzt schon eigentlich eben erst angesprochen, schon angekommen bin, dort wo ich ankommen will und, ähm, der Hintergrund jetzt da ist effektiv halt, weil ich einfach das gerne mache, was ich gerne mache, ich kann hier YouTube-Videos machen, ich kann mit der Community interagieren, ich kann an meinem Webshop arbeiten, ich kann in meinem Blog arbeiten und das ist das, was ich gerne mache und damit verdiene ich auch Geld und ich gebe parallel relativ wenig aus privat, um davon leben zu können und also eigentlich bin ich jetzt schon wirklich am Ziel angelangt, also sprich, der Weg ist das Ziel und ich genieße einfach die Reise, mache einfach, bleib dran und habe meinen Spaß an der ganzen Reise, weil, ähm, ich habe, ich sage es jetzt mal so, ähm, es ist halt einfach so, dass Ziele wirklich nur eine Momentaufnahme sind und die sind alle schön und gut und Ziele sind wichtig, ich track ja meine Ziele, aber, ähm, das Leben sind dann sozusagen, der Weg, oder das Leben besteht aus dem Weg zu den Zielen und ich denke, man sollte lieber den Weg genießen, weil ein Ziel ist halt wirklich nur so eine Momentaufnahme und der ist dann vorbei und nachher geht es dann wieder weiter mit dem Weg, also mit dem Leben, also mit dem richtigen Leben und darum, ähm, ja. So, ähm, der echte Next, servus, ich habe jetzt noch eine Frage, zwar wegen Bondora Go und Grow und zwar, wenn man einen Steuerbericht drucken will, steht nirgends die Zinsen, bei Gewinn steht nur Bonus, kannst mir da helfen? Also ich glaube, bei Bondora Go and Grow ist es tatsächlich so und ich bin kein Steuerberater, bitte nicht mich beim Wort nehmen und ich bin auch aus der Schweiz und, ähm, es ist tatsächlich so, glaube ich, die Gewinne werden erst ausgeschrieben, wenn man was realisiert bei Bondora Go and Grow und ansonsten, jetzt hier in der Schweiz speziell wird es natürlich als Vermögen versteuert und bitte nicht, bitte checkt das mit dem Steuerberater ab, weil ich mache das alles nicht selber, ich drucke das einfach aus, gebe das meinem Steuerberater fertig und habe dann nachher nichts mehr damit zu tun, ich bekomme das nachher noch einmal am Ende, um das zu unterschreiben, dass ich das absenden kann und that's it, aber, ähm, unbedingt das vielleicht zur Not dann auch, vor allem wenn auch mehr Geld investiert ist, mit einem Steuerberater kurz abchecken, das ist nicht so teuer und dann weiß man das und dann kann man das für die Zukunft dann auch, äh, sich merken. Sandy Candy, die schreibt auch ab und zu, äh, Kommentare, coole Sache, danke, heftig Glückwunsch, da sieht man wieder, dass sich Fleiß austeilt, danke ebenfalls, dass du dich auch so um die Community kümmerst, ist echt schön, ja, vielen Dank an dieser Stellung, gerne, ich finde die Community, das Finanzrudel super cool, es macht auch super Spaß, auch immer wieder Treffen zu organisieren, im Moment alle drei Monate, organisiere ich ja Treffen in Zürich, für, äh, das Finanzrudel und der Finanzrudel Community Club wächst auch richtig stark, wir sind da bald tausend Leute in der Facebook, äh, Gruppe im Finanzrudel Community Club, macht richtig Bock, einfach mal auschecken, finanzrudel.ca slash club, ähm, dass ihr da eine Beitrittsanfrage sendet und, ja, der wird Comedy, äh, wird, wird Konomi, das ist ein lustiges, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, Wortspiel, ähm, der hat auch schon viele Kommentare gemacht und auch Fragen, die ich in Q&As beantwortet habe, ähm, ja, Investbox, grüße gehen raus auch an dich, der Trump Corp, ich komm wahrscheinlich zum nächsten Finanzrudel Treff, kannst du mir vielleicht Tipps für die Publicity vom Webshop geben? Ja, klar kann ich das machen, ähm, man kann sich dann gerne dort sprechen, das Treffen ist ja am 23. August, das nächste ist dann erst wieder im November, ähm, jo, danke dir, ähm, was haben wir denn hier noch? Genau, hier, als YouTuber kann man sich was abschauen, also bitte, äh, lasst euch inspirieren, ähm, kopiert gerne und behaltet das, was ihr gerne macht und was euch Spaß macht, ähm, sehr gerne, das nehme ich niemandem übel oder so, mache ich ja auch nicht, äh, anders, ja. Ähm, was haben wir denn hier? Ja, Christian Heinke, hallo und Grüße aus Essen, es ist wirklich Hammer, wie viel du mit Affiliate Marketing verdienen kannst, was du dir für Zahlen präsentest, ist echt der Wahnsinn weiter so. Ja, grundsätzlich ist natürlich schon, ähm, Affiliate Marketing und natürlich, äh, Sponsorings und natürlich, äh, Kooperationspartner und das ist schlussendlich irgendwie schon auch vorhin erwähnt, das mit dem man schlussendlich jetzt eigentlich mal auf YouTube dann auch dann tatsächlich das Geld macht und nicht eben mit den Werbeeinnahmen. Die Werbeeinnahmen sind dann so wie die Kirsche auf dem Kuchen, ja, wenn man das so ein bisschen so sieht als Analogie. Cashflow mit Dividende, der Jan. Es ist unglaublich motivierend, vor allem, da ich seitdem du noch 200 Abonnenten, wenn nicht sogar weniger hattest, dabei gewesen bist, ja. Der Weg wurde dokumentiert und das ist das Beste daran. Jeder kann sehen, es ist möglich. Ich dachte damals bei dem, deinem Kündigungsvideo, das schafft der nicht. Warum macht der das? Jetzt stehe ich da und staune. Gruß, äh, ja, der Jan ist das von Cashflow mit Dividende, hat auch einen Blog, coole Sache, check den mal ab. Und, ähm, ja, es ist tatsächlich auch so, ähm, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass es jetzt so krass schnell explodiert. Ich hätte auch gedacht, es geht ein bisschen, also es geht länger, ja, also ich war da schon, äh, darauf vorbereitet, einige Jahre richtig Vollgas zu geben. Natürlich gebe ich jetzt weiterhin Vollgas, aber, ähm, versteht was ich meine hoffentlich. Ich war darauf vorbereitet, einige Jahre so ein bisschen die Durststrecke zu erleben und einfach mal den Break-Even-Point zu erreichen und dann einfach langsam sich darauf zu hustlen und, ähm, ich werde sehen, wie es kommt und ich, darum, ich will keine Lifestyle-Inflation haben, weil es ist nichts garantiert und darum, ähm, ja. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon einiges vorgestanden, wir machen noch den Nico durch. Ich finde es echt spannend, die Entwicklung mitzuverfolgen und zu sehen, wie sich deine Arbeit für dich auszahlt. Mach weiter so und danke für die Motivation. Ja, jetzt musst du die Motivation, Nico, nur noch umsetzen und selber auch was für dich, äh, aufbauen, raufhusteln und dir wünsche ich dann auch viel Erfolg. Ähm, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, weil es eher so ein spontaneres Video, so ein bisschen Q&A-mäßig, wo ich da einfach Kommentare nochmal durchgehe, obwohl ich die eh auch schon beantworte. Das ist ja mir sehr wichtig, äh, in der Community ist auch super viel zeitaufwendig, aber ich mache super, super gerne und ich wünsche euch bis zum nächsten Video alles Gute und wir sehen uns dann. Tschö, Leute.